Wie lange hast du Ferien, Zebra? No system data detected, yes. Creating a system file, oh yes. Sie redet mich gerade an Claire. Und ich möchte Claire weiterspielen. Dachte, oh meine Güte. Ja das ist, Malthus hast du mal gesagt, stimmt. Ganz doof. Original und Refrain. Oh, the tale of a boy who carries the soul of a legendary dragon within him. And his struggles to defeat fate alongside his dragoneer companions. This is the story as it was originally meant to be played. Recommended for first time players. Nächste Woche sind die Ferien vorbei. Okay. Yes. Was? Du hast wenigstens Ferien. Oder ich habe einfach... Doch nächste Woche darf ich mich nicht beklagen. Fängt schon gut an. Oh. 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 Cool. Natalia. Ja. Dies... Ich bin leider nicht auf der GC dieses Mal. Aber es ist vor nächstes Jahr wieder. Das ist das Original. Also beziehungsweise wenn du es kaufst nicht. Ja. Ich will alle wieder zurückkommen. Geh raus. Unsere Mission beginnt jetzt. Okay. Kontrollige Characters. Wir sind eigentlich noch ziemlich am Anfang. You can move the character you are currently controlling with L. In areas where it's hard to look around you can move the camera with R. Okay. Uh-huh. Dann. Rum. Resetickets. Okay. Karte. Hüpfen oder so? Ne. Der hat nur einen sexy Rock an. Aber mehr nicht. Swordsman. Oh ja. Sei 16 auf der GC. Ich war 17. Klar sind die Brüste so in Szene gesetzt. You there. Halt. Should have figured it wouldn't be that easy. Oh well. Who are you? State your business. Would you believe I'm here to rescue a princess? I guess you don't care. In any case, I owe you an introduction. I am Sonia Blanche, a sworn knight of Astoria. An Astoria? Breach! There's been a breach! Unfortunately for you, I'm in a hurry. So I won't be holding back. Here I come! Normal attacks. Enemy blocking your way have appeared. Try attacking the enemy in front of you. By pressing A, you will perform a series of attacks against the enemy. Typischen Gamer-Mama. By pressing X, you can perform the character's special break attack. Break attacks are a single strike, but you can use them anytime while you are attacking. 3 auf der Switch und noch ein paar auf der Playstation. Performing attacks blablabla. Define the enemy. This habe ich. Sonia Tutorial. Sonia fights with a sword and a shield. She has quick attacks and high defense. For a break attack, pressing X repeatedly will increase her number of attacks. Use her quick attacks repeatedly so that the enemy won't have the opportunity to retaliate. Maybe. Maybe. Action points. Very good. When the controller character is performing an action, AP is consumed. You will be unable to perform an action if you don't have enough AP. Be mindful of your remaining AP during combat. Okay. Ah. Okay. That's it. I'd better get moving before the informants arrive. Enforcement. Okay. Okay. Zuerst den da. Jetzt ist immer wieder Dialog, oder? Ich konnte mich nicht bewegen. Schild. Ja gut. Ich bin frei. 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 Dieses Spiel, wenn ich das gratis hätte, würde ich es vielleicht spielen. Aber sonst... Nein, ja. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ja gut. Wirкуhchebklれ. Lauf der den rechten Tag freundeneхooooop100. Also... Zum Beispiel Zelda Hyrule Warriors. Ist ja ähnlich. Aber definitiv besser als das hier. Ja, ja. Ja, aber Hyrule Warriors ist besser. Oh nein! Ich befreie dich. Was? Wie schrecklich! Ich bin hier, um zu helfen. Haben wir jetzt einen Zeitencharakter? Das Schlösschen um den Hals ist geblieben. Sehr gut. Bist du Yuma Ilvern? Ja, das bin ich. Ich bin Sonja, ein König von Astoria. Ich bin hier, um dich ausbrechen. Just follow me! Ich bin hier. Huh? Komm schon, wir müssen weg, bevor die Gäste kommen. Weg? Weg zu wo? Ich... ich habe nichts zu gehen. Du willst hier bleiben? Natürlich nicht, aber... Dann folgst mich. Wir müssen es einfach wegnehmen und du bist frei. Du kannst irgendwo, wo du willst! Komm schon, lass uns gehen! Komm schon, lass uns gehen! Ich... äh... Mit dem Post, komm! Ja, ja. Ich mache mal schneller durch. M'lady! Good timing! No! What? We'll be fine! Fine! Um... Don't worry, it'll be... We can escape from up top! So, jetzt kommt hier mit mir und du... M'lady! Nö! Level 2 Swordsman! Oh... L! BAM! Oh shit! Nö! Dinn! Guck! 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 Nö! Es hilft mir gar nichts. Ich dachte eventuell... Guck! 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 Na ja... Es sind nicht wirklich schwierig Jemand, der von Bloodborne kommt? Nein. Nein, er auch nicht. Ja, wir machen da noch ein bisschen weiter und dann das nächste Demo. Savepoint? Nö. Aber deshalb spielen wir eben diese Demos, damit wir da rausfinden, hm, könnte das etwas für mich sein, oder nicht? Die Grafik würde mir eigentlich noch zum Teil gefallen, aber, hm, wie gesagt. Definitiv lieber andere Spiele. Blablabla, blablabla, ja, nein, sie sind weg und wo, komm. Komm zu mir und bitte. Äh... Geht so, ja. An sonst einem Grafikstil ist es nicht so schlecht. Klar gibt es besseres, aber nicht so schlecht. Die Zeit ist auf uns. Sonja muss jetzt in Position sein. Dann ist es mein Turn, um zu kämpfen. Eine suitable... Ach, jetzt sind wir eine andere. Aber immer einfach mega die Ballone vorne dran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Swordsman Level 2. Ja, genau. Robert, hi. Hey. Oh bitte, nein, schau nicht auf die Brüste. Oh. Schau mal, ich habe ein Schmetterling in den Haaren. Ich habe die Flügel ausgerissen. Und deshalb, siehst du schön aus. Schau mal, Ohrringe, die sind so schön. Und meine Ohren. I am Kirika Toa Alma. Diva Magica. Kirika Toa Alma. Ja, sehr schön. Blablabla. So, komm. Los. Ah. Blablabla. Sie schiesst eine Fee. Okay. Komm. Ja, genau. In die Kamera. Und sonst? Ah. Okay. Ja, aber es dauert ja ewig mit dir. Sind sie jetzt stärker geworden? Bam. Also wenn sie jetzt noch tanzen würde, würde mich das an Saila Moon erinnern. Saila Moon. Still. Naja. Ich glaube, ihr seid mir nicht böse, wenn ich da schon das nächste Spiel ausprobiere. Aber das ist gar nicht mein Fall. Oh, coole Stimme. Yuma. Ich habe ein Schloss um den Hals. Yuma. Kannst du mich hören? Ja, ich kann. Ja, ich kann. Aber ich schlau. Ah, Paper Mario 2 ist weg. Blablabla. Komm. Vielleicht können wir noch hinspielen, aber... Mega viele Zwischensequenzen. Mega viele. Mega viele. Hä? Was? Wo? Wenn? Ah. Als ob menschliche Frauen solche Brüste hätten. Es sind wie aufgeklebte, runde Melonen. So richtig, also... Ja. Genau so. Richtig so schön in die Mitte gedrückt. Nee, 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 nee. Komm. Warten wir nicht noch, bis es da weiter geht. Wir haben da noch Sushi Striker. Mal schauen, ob das eventuell... Klingt noch nicht besser, aber Sushi... Sushi... Strike away 2... Ja, das ist das hier.